Ah, wundervoll. Turbostart nicht hingekriegt, das sollte uns aber nicht stören. Aber wir haben hier wieder drei Runden Zeit und jetzt zeige ich euch mal, was passiert, wenn man den Gegner kaputt schießt. Weil das ist ein Spaß. Das ist lustig. Wow. Wirbelwind. Na, 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 der Wirbelwind ist, sage ich mal, wie eine Mine. Die kann man nur hinter sich absetzen. Na komm, dich hole ich ein, dich hole ich ein, dich mache ich kaputt. Mann, verdammt. Täusche ich mich oder... Ja, der hat den Checkpoint echt verpasst. Ha, 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 ha. Naja, aber was will ich lachen, das ist mir letztes Mal auch passiert, als ich gegen einen Boss angefahren bin. Ah, das wäre herrlich lustig für euch gewesen, aber... Oh, Mann, dieser... Ey, der kriegt's nicht auf die Reihe. Ah. Na, 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 na. Peng. Ach, Mann, der kriegt's echt nicht auf die Reihe. Schaut oben, äh, oben, genau. Schaut unten auf die Minimap. Der... Hat er es jetzt endlich hingekriegt? Sieht so aus. Dann kann ich es euch jetzt doch nicht zeigen, weil er so einen dummen Fehler gemacht hat. Uai, 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 uai. Okay, als nächstes sollte ich dann vielleicht doch die Haftung nehmen. Weil für Kurven ist das dann doch wichtig, weil sonst schlittern wir hier. Autsch. Wie gut, dass das uns genau hier passiert ist. Dann können wir hier nämlich fix durchfahren. Mach uns wieder ganz! Und alles ist wieder dran. Das ist toll. Ich mag Soße. Man kann hier auch rechts lang fahren. Dann muss man oben rechts drüber fahren. Aber das machen wir nicht. Wir schießen unseren Trondiskus. Autsch. Knallen hier gegen. Machen unser eigenes Fahrzeug kaputt, damit wir etwas Turbo haben. Und da sieht man schön die Flammen. Ja. Sehr schön. Schön, schön. Route.de. Punkt. Schleichwerbung. Äh. Schrägstrich. Schleichwerbung. So. Ich hätte schon fast die Idee gehabt, in der Mitte über den Berg zu fahren. Aber dann hätten wir einen Checkpoint verpasst. Unsichtbarkeit. Damit wir nicht wieder abgeschossen werden. Na, na, komm, komm, komm. So. Dann müssen wir wieder hier lang. Und das Rennen ist so langweilig, weil wir hätten das Rennen schon längst abschließen können. Hätte nicht der tolle, 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 tolle Kommissar diesen Fehler gemacht. Boom! Das ist eine miese Waffe, weil das lädt sich zwar erst auf, allerdings wenn das Teil dann in die Luft fliegt und ihr fahrt in diese Kugel rein, werdet ihr nicht nur verlangsamt, sondern euer Fahrzeug wird auch dabei demoliert. Oh, Mann! Jetzt bist du tatsächlich der beste Fahrer von Sandy Bay und mein Tee ist leer. Mist. Ich glaube es einfach nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. Das war große Klasse, Lego Sucks. Jetzt ist es offiziell. Du bist der beste Fahrer von Sandy Bay und wirst nach Xalax fahren, um Rocket Racer herauszufordern. Rollt ist er, herauszufordern. Cool, geile Scheiße. Wann geht's los? Nicht so stürmisch, mein Freund. Rocket Racer hat das schnellste Superauto gebaut, das die Galaxis je gesehen hat. Du musst also noch ein bisschen trainieren, wenn du gegen ihn antreten willst. Blablabla. Ich hab nochmal gesprochen. Was muss ich also tun? In der Lego, in den, in den Lego-Welten um Sandy Bay herum werden Renntreffen abgehalten. Wenn du diese Rennen gewinnst, sollte Rocket Racer sich überzeugen lassen, dass du ein würdiger Gegner bist. Außerdem kannst du dabei dein Auto verbessern. Toll. Kleppety, kleppety. Na gut. Wie komm ich denn in diese Welten? Nee, Monokelfresse. Du hast doch die goldenen Steine, die du bei den Rennen gewonnen hast. Stimmt's? Ja. Wenn du genug davon beisammen hast, kannst du die anderen Welten besuchen und an den Rennen teilnehmen. Verstehe. Ausrufezeichen. Super wichtiger Satz. Fraps hat eine neue Datei angefangen und ich kann den Text nicht lesen. Um in den Lego-Welten, die reisen, musst du die Transporter an der Küste von Sandy Bay finden. Halber Satz. Am wenigsten kostet die Reise nach Dino Island. Dort gehen wir als nächstes mal hin. Finde den Transporter und sieh nach, ob deine goldenen Steine für die Reise dorthin reichen. Okay. Wünsche mir Glück. Ausrufezeichen. Helikopter ist hinter uns. Nicht nötig, Lego-Sarks. Du hast jedem hier in Sandy Bay bewiesen, dass der Text viel zu langsam läuft und dass du ein toller Fahrer bist. Nun mach dich auf den Weg, mein Freund. Und zeig mir, dass ich stolz auf dich sein kann. Alles klar, Papi? Ich hab'n Vater. Toll. Mein Vater ist Sparky. Verdammt. Mir sind jetzt die Zettel von den Teebeuteln reingefallen. So ein Mist. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ah, wieso sind jetzt hier die Ladezeiten auch so krank? Irgendwas ist jetzt mit meinem PC los. Und wie gesagt, werde ich gleich auch speichern. Speichern, speichern, speichern. Ah, wenn das denn funktionieren würde. Der Tee ist lecker. Kennt jemand von euch den Amun-Tee? Beziehungsweise trinkt ihr überhaupt viel Tee? Ich bin seit einigen Monaten eine totale Tee-Nase. Keine Ahnung, wie man das nennt. Tee-süchtig. Ich trinke total viele Teesorten. So, und jetzt fahren wir direkt mal den Pfeil entlang zu dem Transporter hin. Und nein, ich muss euch enttäuschen. Das ist es nicht. Haha. Denn das ist ja das Portal zur Galaxis Xalax. Zu Rocket Racer. Aber wir müssen hier hin. Und Totenschädel. Hier, Regenbogenfarben. Regenbogenfarben. Komm, Regenbogen. Rot, Blau, Gelb. Ah, falsche Farben genannt. Da-da-da-da-da-da-da. Rot, Gelb, Orange. Ah, keine Ahnung. So, ey, Rede. Hi, Lego Sucks. Du hast genug goldene Steine beisammen, um nach Dino Island zu kommen. Möchtest du jetzt dorthin? Äh, nein. Eigentlich wollte ich erst speichern. Ja, genau. Du bist ja richtig gut, Lego Sucks. Möchtest du dein Spiel speichern? Sicher ist sicher. Ja, ich möchte gerne speichern. Und dann geht's beim nächsten Mal mit diesem Ballon Zeppelin keine Ahnung. Ihr werdet noch sehen, dass das Teil auch Räder hat. Äh, Hilfe, Hilfe. Geht's dann los zur nächsten Welt. Wir speichern. Das Spiel ist gespeichert. Vielen Dank, Sparky. Transporter-Welt. Nein, 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 nein. Nicht Transporter. Nein! Hier an der Stelle hören wir auf für heute. So. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.